Diese schwarze Vorne, wo wir essen und so, wenn wir jetzt müssen, wir... Nein, die Leute schreiben hier nicht mit Fuß in Essen. Die Leute schreiben hier nicht mit Fuß in Essen. Das ist Müll! Er meint, das ist Mülleimer! Ja, Mülleimer! Ja, Mülleimer! Nicht Essen, Mann! Mülleimer! Ach! Und Feri, ich bin dabei. Warum guckst du so so krumm, Frau Lender? Der Verlierer geht mit seinen Fuß in die Komme. Okay, du bleibst. Er muss drinnen. Hast du noch zwei, drei andere Strafen im Lager? Lass mich überlegen. Los, Barella! Feri, du hast doch so viel Straft. Okay, okay, okay. Geh mal raus jetzt. Okay, okay, Feri, da piss beim Nachbarn vor die Tür. Da bin ich dabei, Wallah. Ja? Ja, bei mir ist schwer wegen... Weil die Leute denken dann, ich pisse vor der Kamera. Das geht nicht. Nein! Warte! Ich pisse. Ich pisse. Ich pisse. Ich pisse. Okay, der Verlierer pisse bei den Nachbarn. Nein, Mann, der wird aufhören. Nein, nein, nein. Verlierer kackt vor die Haustür vom Nachbarn. Er knackt vor die Haustür. Okay, pisse oder kackt. Keine Anscheinung, was gerade passiert. Man wird gehackt. Oh Allah, man wird gehackt auf die Tür. Gesperrt, für immer. Hä? Nein, du kannst doch einfach nur das Ergebnis zeigen. Nicht wie du das machst. Der Lehrer geht in irgendein Treppenhaus rein. Irgendwo. In irgendein Treppenhaus rein. Wo die Tür offen ist. Und schreit. Richtig laut. Aber so laut wie es geht. Richtig laut. Drei mal. Das ist nicht ekel. Also schwer in ein Treppenhaus reinzukommen, wenn man keinen Schlüssel hat. Könnt ihr nicht durch Keller oder so, Garage rein? Nein, hier ist alles zugeschlossen immer. Okay, Heide. Barilla, geht erst mal raus zum Nachbarn. Oder wir machen, guck mal, wir machen, von den drei Gewinnern darf der Top Supporter eine Strafe schreiben. Und der Verlierer muss von den drei Gewinnern den Top Supporter eine Strafe aussuchen. Okay. Okay, Strafe mit draußen. Mit draußen. Okay. Stell dir vor. Was macht Verlierer jetzt? Guck mal, ich erkläre dir. An die Leute, die auch neu drin sind, die noch nicht davon wissen. Wenn der Verlierer jetzt zum Beispiel ich verliere. Das heißt, Jascha, Barilla und Jemkas Top Supporter darf eine Strafe entscheiden. Und dann habe ich insgesamt drei Strafen zur Auswahl von den drei Gewinnern. Und dann muss ich von den drei eine aussuchen und machen. Mit draußen. Okay. Stell dir vor jetzt, mein Supporter schreibt, du sollst einen Schuh lecken. Beispiel. Ich halte nur ein Beispiel. Der andere schreibt Augenbrauen weg und der andere schreibt Glatzsitz. Okay, ganz kurz. Ohne Flasche, ohne Toilette, ohne Bart, Augenbrauenhaare. Gibt es doch nichts mehr. Doch. Gibt es nicht. Man kann in irgendein Fluch gehen und den Schuh nehmen von irgendein Typen. Und ich sollte ihn ablecken. Man kann, man kann, man kann so vieles draußen machen. Man kann zwei Millionen strafen. Es gibt nicht nur diese... Aber Haare und, äh, 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 Schnurrbart, Bart geht. Augenbrauen nicht. Nein, ich spiel nicht mehr meine Haare. Ich hab die jetzt wachsen lassen seit einem Monat. Was für einen Monat? Eine Woche war wieder alles draußen. Okay, jetzt, Heide Parella, los jetzt. Ich bin schon draußen. Ey, bei Ihnen so viel Zeit. Ey, das mit Niffa hat mir gefallen. Das mit Niffa hat mir gefallen. Der Hilder geht in ein Haus, wo voll viele Wohnungen sind, schreit. Hey, was ist denn los, Alter? Ja, und so. Schreit ein ganzes Hausding. Genau das. Ja, okay. Okay, komm. Ja. Okay, komm. Ja. 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 Okay, und sicherheitshalber, er nimmt aber Eier mit, falls die Türen zu sind. Okay. Und sicherheitshalber ein paar Eier mitnehmen. Leute, alle weiterleiten. Alle tippen, Leute. Alle tippen. Verlierer macht Stress bei Nachbarn, Leute. Verlierer macht seine Nachbarn wach. Und achtet auf Borella, er muss jetzt die gleiche, er muss jetzt die Straftat. Ein Ball in Mohib. Dankeschön. Ey, hier. Okay, da. So, jetzt, ich will, ich will drei Euro jetzt von deinen Nachbarn haben. Fünf Minuten ist zu viel, Bruder. Fünf Minuten im Treppenmarsch reinhat, aber da hast du danach keine Stimme mehr. Ne, Polizei. Du bist in Celle dann. Ja, das wollen wir. Dankeschön, Leute. Wenn... Ja, Heide, stehen wir hier. Leute, alle weiterleiten. Zu welchen Nachbarn gehst du? Wo in dem Dorf nebenan oder was? Hier gibt's nicht so viele Nachbarn bei mir. Deswegen... Ich muss schauen, wo ans auch Ding ist. Wo Licht und so ist. Leute, alle weiterleiten. Hier pennen alle. Das ist ein Dorf für alte Leute, ja? Arne, lange nicht mehr gesehen, Arne. Was geht da? Alle weiterleiten. Also hier pennen alle. Okay, Barella geht jetzt zum Nachbarn und frag nach drei Euro. Barella, wo sind welche Hausgaben soll ich rein, ja? Hier sind alle Hausgaben, jeder schlägt. Egal, mach die wach. Mal zwei, knallt die in der Mal zwei weg. Knallt die in der Mal zwei weg. Knallt die in der Mal zwei weg. Acht Menschen in eine Hose. Leute, fall dir rein, gehst du nachbarn und schreit rum oder schmeißt Eier. Knallt die weg. Tippt alle auf meinen Kopf, Leute. Leute, tippt alle auf meinen Kopf, alle weiterleiten. Pro Person die drei Punkte. Jetzt fängt an, anzudippen. Gleich alles mal zwei. Gibt's Vollgas, gibt's Vollgas, gibt's Vollgas. Knallt die in der Mal zwei weg. Entschuldige, danke schön, Leute. Jetzt schieß das weg. Knallt die weg. Alles mal zwei. Alles mal zwei, Leute. Alles mal zwei, Leute. Alles mal zwei, Leute. Alles mal zwei, Leute. Gibt alles mal zwei, Tomek. Ich kann ja nicht alles alleine machen, Leute. Alles mal zwei, alles mal zwei. Leute, gibt Gas, gibt Gas. Wo seid ihr, Leute? Wo seid ihr? Leute, wo seid ihr, Laura? Dankeschön. Danke, Leute. Danke, Leute. Ey Mann, Alter. Wallah, was ist das, ja? 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 Woh, man verliert, ja? Woh, man verliert, ja? Woh, man verliert, ja? Woh, man verliert, ja? Was ist das, ja? Wie ist das, ja? Ich werde ich, werde ich, werde ich, insja Allah schaffen, die eins. Die auch. Wie ist das? wo bist du ich bin in den hausgang okay okay das ist immer inschallah immer inschallah lass uns versuchen nicht dass die wieder wie die wie gerade eben die letzten sekunden bei barella wieder schießen big big papa danke nicht dass sie wieder bei barella die letzten kunden schießen jetzt alle noch mal durchschlagen kriegen jetzt leute passt am ende auf am ende was bei barella auf leute nicht dass er die letzten kunden wieder was bekommt kunden egal alle trotzdem weg nein nicht dass barella die letzten kunden was bekommt stell dir vor jetzt einer macht die tür auf und er greift dich an was machst du da egal kam er doch an sie gucken leute alle weiterleiten aber er hat alle jagen oder er hat richtige eier er weiß ganz genau da da ist keiner zu hause die sind ja irgendwas stimmt hier nicht ne diese filme kenne ich doch schon ich habe hier geklingelt die weiter hoch die weiter hoch weiter hoch weiter hoch wir müssen jetzt wir brauchen jetzt drei euro das kein spaß sehr von helsing madara mhm auch die klinge bruder danke bruder wollah stark ja geh eins hoch und doch lock vielen dank dankeschön vielen dank an scholli arbei tomek dankeschön meli maus danke wollah er hat eier bei bella danke an alle steffi danke heide auch die ihr folgst du mir warte ich folgte jetzt auch du meinst du kriegst keine benachrichtigung bruder meinst du ja wir sind platz 95 in diesen angesagt leute schickt alle team herzen dann gehen wir noch weiter nach oben krass wo ist der hey hey ich kann hier nicht mehr raus wo ist das licht wo müssen wir fehlen euch ey jetzt schieb keine optik da drinnen heide mach mal licht an und klinge mehr ordentlich ich bin hoch gegangen ich stecke gerade treppen wo ist das licht das lichter das lichter das lichter ist ja bereich reicht 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 nein nein der soll mal richtig klingeln jasha so geht das nicht was muss er denn jetzt machen ja der soll klingeln nur nach drei euro fragen ehrlich jetzt letztes mal war aber wenn keiner aufmacht was soll er denn machen ja aber wir waren letztes mal auch im treppenhaus und da hat nicht geklappt das ist das gleiche das muss ich sag ihnen sag ihnen sag mein scherz aber jetzt kommen wir nicht mit diesem fake mariella warte warte ich kenne sie kein licht es ist eine ganz kleine rote lampe gleich ein fake nachbarn rotes licht ein ganz kleines hier ist das licht an pssst seid leise seid leise steffi danke ich bin jetzt hey fährt alle ruhig ok jetzt klingeln stopp jetzt klingeln 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 Gebt nicht auf. Nochmal. Nein, nein, reicht, reicht. Ey, nein, Mann, bleib am Ball. Ist rein. Ja, schalte ich oder Nierka, Frau, lies das rein. Weiter. Also... Einfach durchziehen. Also nur weil du sein Betreuer bist, gibt sie keine Pluspunkte. Das hat doch nichts damit zu tun, Mann. Vielleicht sind da Kinder, du Idiot. Ja, die müssen eh gleich zur Schule. Ist das gerade dein Ernst? Es reicht. Guck mal, er hat doch über drei Mal schon geklingelt. Reicht doch, Wallah, reicht. Von Klingeln bis noch niemandem was passiert. Warum macht der HS nicht auf? Klingeln nochmal. Und die Leute haben auch Deal gespendet, damit du nicht verlierst. Ja. Also wir müssen dankbar sein. Ja, wir müssen dankbar sein. Ganz ehrlich, Wallah, schaltet doch mal. Gehören einmal positiv ein. Klingeln jetzt. Klingeln bei jedem, der... Alle Türen bitte. Hör zu, mehr wie das kann ich nicht sagen. Varela, du hast versucht. Geh, reicht. Mann, Klingeln mal noch mit. Was? Ey, die drei Euro. Was machst du denn jetzt? Hey, Polizist! Ich schwör auf alles, ich schwör auf meine Mutter. Zeig mal, zeig mal. Zeig mal, zeig mal. Ja, Mann. Wo ist denn jetzt die Polizei hergekommen? Mach mal, zeig mal, mach mal weiter. Ey, zeig doch mal. Zeig mal. Die Knoppen, guck mal, wie er rennt. Guck mal, wie er... Wo war denn die Polizei? Wo war denn die Polizei? Zeig doch mal von der Ecke, zeig von der Ecke. Ich schwör nicht. Ich schwör nicht. Was? Hey, die werden... Ich schwör rüber. Ey, hier ist irgendwie, hier ist was gelogen, Sinek. 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 Mir stinkt doch irgendwas. Bis zum Himmel. Nein, nein, weißt du warum? Es stimmt. Weil er atmet. Er atmet wie so... Kennst du diese... Diese Bulldog? Aber wo war denn Polizei? Ey, ich wohne in Bayern. Für sowas, man kommt rein. Wallah. Bayern-Gesetze sind... Für sowas, die nehmen dich mit. Okay, du hast jetzt deine Show gemacht, alles gut. Ey, warte mal, du musst jetzt aber noch in dein Treppenhaus rein. Ich sage euch, die ganze Zeit... Und du rufst doch irgendwo rein und nochmal rumschreien. Wegen letzter Strafe. Ja, Jasa, was wegen der anderen Strafe jetzt? Du kannst die übernehmen für... Äh... Ja, die zweite Strafe war in dein Treppenhaus rein gehen und schreien. Das erste war 3 Euro und das zweite war schreien. Aber du kannst die Strafe übernehmen, wenn du... Äh... Ja, Jasa, ich bin auch dafür. Du kannst doch auch mal... Du ess ja dein Bruder. Und Barella will ja auch für dich die Strafe übernehmen. Barella will ja auch für dich die Strafe übernehmen. Boah, Niemka, wir haben Löwe. Was... Was versucht ihr hier gerade? Also... Ich wollte die ganzen Strafe, wollte ich von Anfang an nicht. Weil guck mal, genau das passiert. Schon fünf Mal hat er das gemacht und keiner hat ihn auf... Okay, klingelt jetzt einfach bei irgendwelchen randed Nachbarn beim Vorbeigehen. Aber ihr macht es trotzdem. Und ihr wisst, dass da keiner bei ihnen aufmacht. Guck mal, ich weiß ganz genau, dass bei mir meine Nachbarn mir in die Fresse hauen und ich mach den Scheiß mit. Ja, ja, aber ihr wisst bei Barella... Äh... Und bei Barella macht keiner auf. Und bei Hollander, er... 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 Er klingelt bei... Bei seinem Kiffpartner. Verstehst du? Mhm. Ich bin nie wieder am Nachbarn klingeln, sonst wir verarschen. Das ist alles Verarschung. Ey, was ist mit der letzten Strafe, Yaselemi? Ja, Wallah. Okay, irgendeine Wiedergutmachung. Was ist... Eine Zwiebel. Nee, bei mir haben einmal... Hab, redet doch mit ihnen! Da ist er doch! Warum redet sie mit mir? Okay, eine Zwiebel. Aber war die Strafe nicht Top Supporter entscheidend? Nein. Nein! Warte! 19, 20! Ich mach meine Strafe, okay? Ich mach's ja. Ich hab zwei Prozent. Lass mich zwei, drei Minuten ab. Ich will raus. Ich mach das. Ich schrei bei Treppenhaus. Herr Barella. Herr Barella. Geh mal nach Hause rein. Echt zu Hause? Mach was anderes! Warte! Mach was anderes! Warte! Mach was anderes! Diese Nachbar, mein Nachbar, das wird nicht schmiert! Nein, nein, nein! Nein, Jascha! Er möchte das ja machen! Er möchte das machen, Jascha! Er möchte das machen, Jascha! Aber du weißt, du verleitest ihm zu etwas, was er nicht machen soll! Wie? Weil wir drum gespielt haben? Nein! Nein! Ich war von Anfang an dagegen! Warum hast du dann angenommen und gespielt? Okay, er hat die erste... Er soll jetzt nicht mehr machen! Fertig! Okay, eine Zwiebel! Wir sind Zwiebel! Wir entscheiden was anderes für ihn! Aber diese Nachbarscheiße! Lass mal, Mann! Okay, eine Zwiebel! Wir sind hier die Zwiebelgang! Wäre das 10 Uhr, 9 Uhr ist okay! 21 Uhr ist okay! Okay, guck mal! Okay, ist okay, aber ich find's nicht korrekt! Was findest du nicht korrekt? Nein, nein, ich sag ja! Aber wie findest du eine... Da soll eine Zwiebel jetzt... Ja, ne, kumma, ey, du mal! Dann denk doch mal! Ohne dass wir uns jetzt streiten! Ohne dass wir uns streiten! Und ich sag dir meine ehrliche Meinung! Bei Allah hätte ich verloren... Nein, kumma! Weißt du, da hätte ich... Nein, 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 nein! Du willst immer so das Opfer... Du spielst hier immer das Opfer und so! Hör doch auf! Nein! Ich soll gewinnen! Doch, doch! Du willst immer so das Opfer spielen! Wenn ich und ich mach so und... Hör doch mal auf damit! Okay, eine Zwiebel und du spielst! Du bist bei Allah von 30 Kilometern entfernt! Hör auf damit! Sag dir! Aber Bruder, ich sage dir! Ich sage dir noch... Mutter Hure sage ich, wenn ich lüge! Ich, ich, ich... Wallah Billah! Ich hätte es machen müssen! Was hast du aber gesagt? Mutter Hure, wenn ich lüge, ich hätte machen müssen! Äh, äh... Hollander, was... Was laberst du da? Ich geh schon so weit, dass man... Das... Das ist das... Wallah! Was laberst du? Ich sage dir! Dass du sowas... Jedes... Alles gut! Die meisten sagen doch auch hier auf TikTok! Wenn ich lüge, bin ich der größte HS! Das ist genau das Gleiche! Ach so, wenn die anderen... Wenn die anderen sowas sagen, sagst du auch sowas? Oder alles gut! Alles gut! Ich sage dir, alles gut! Ich will mich mit deinem von euch streiten! Das hat doch nichts mit Streit zu tun! Aber ich... Sag sowas nie wieder! Wallah, einfach... Das sagt man nicht, Bruder! Wenn das und das und... Okay, heide! Eine Zwiebel und gute ist! Eine Zwiebel und gute ist! Ich... Ich... Dann muss ja auch nicht rausgehen und so! Das ist loyal! Eine Zwiebel! Kralika! Selina, danke dir! Okay, Leute! Jetzt... Wir haben komplett vergessen! Was macht Verlierer? Die Lama, ja! Schnauze haben! Danke, Leute!